Drei Verletzte, zwei davon schwer, ein stundenlanger Rettungseinsatz und flüssiger Sauerstoff, der aus einem der Unfallfahrzeuge in Sicherheit gebracht werden musste. Das ist die Bilanz einer verheerenden Koalition Dienstagvormittag in Gunskirchen in Oberösterreich. In den dramatischen Unfall verwickelt waren ein Kleintransporter sowie ein PKW, die am Dienstag auf der Wiener Straße in Gunskirchen unterwegs waren. Ersten Meldungen zufolge streifte der Transporter zuerst einen LKW, kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Auto. Die beiden Unfallfahrzeuge verkeilten sich dabei regelrecht ineinander und kamen im Böschungsbereich der Straße zum Stillstand. Dabei wurde der PKW-Lenker offenbar so schwer im Fahrzeug eingeklemmt, dass die Einsatzkräfte mehr als zwei Stunden damit beschäftigt waren, ihn aus dem Fahrzeugwrack zu bergen. Die Koalition forderte zwei verletzte männliche Patienten sowie eine weibliche, so das Rote Kreuz. Der ältere der beiden Männer wurde mit dem Notarzt ins Klinikum Wels eingeliefert, der jüngere per Helikopter ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen. Zum dramatischen Unfall kam noch eine weitere Gefahrenstelle. Der Kleintransporter hatte laut Erstmeldungen flüssigen Sauerstoff geladen. Dieser wurde während der Rettungsaktion in Sicherheit gebracht. Die Wiener Straße war zwischen Gunskirchen und Lambach im Bereich der Unfallstelle stundenlang gesperrt.